Wir sind hier im Wald unmittelbar hinter unseres Meora und zwar ganz genau an diesem Punkt hier. Wir haben ein ganz besonderes Projekt für 2021 vor. Wir hatten das große Glück, dass wir im Januar ein 7000 Quadratmeter großes Grundstück unmittelbar an unseres Meora angrenzend käuflich erwerben konnten. Wir kämpfen schon seit Jahren dafür, ein Waldgrundstück kaufen zu können, um für traumatisierte, verängstigte Hunde einen adäquaten Platz zu schaffen. Hunde, die den Menschen als Sozialpartner ablehnen, die nicht nach Deutschland transportiert werden können aufgrund ihrer Ängste und Traumata. Für all diese Hunde brauchen wir eine tierschutzkonforme und adäquate Lösung. Und dieses wunderschöne Waldstück, das in Kürze zu einem Waldrefugium umgebaut werden soll, ist die Lösung für genau diese Hunde. Und liebe Freunde, wir brauchen ganz, ganz dringend Unterstützung zur Realisierung dieses wirklich großartigen Herzensprojektes. Die Kosten für den Umbau dieses Waldrefugiums liegen bei 189.000 Euro. Inklusive dem Kaufpreis und inklusive Thermohütten und allem eben drum und dran, was es für so ein Waldrefugium bedarf. Und unsere große Bitte aus tiefstem Herzen, wir brauchen 7000 Menschen, die 27 Euro für einen symbolischen Quadratmeter für dieses Waldgrundstück spenden. Und dann schaffen wir auch gemeinsam diese wahnsinnige Summe von 189.000 Euro und können für unsere Tiere was ganz Besonderes, was wirklich Einzigartiges realisieren. Bitte helfen Sie uns, spenden Sie einen Quadratmeter, seien Sie einer von 7000, um für die Tiere nachhaltig, tierschutzkonform was zu verändern. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.